Dann hab ich deinen Vater in den Arsch gefickt, dann hab ich deiner Mutter noch eine zweite Schwester gemacht, die hab ich noch in Geschwisterchen gemacht, deine ganze Zipschrift hab ich gefickt, was hab ich noch alles gemacht, ich weiß nicht. Meine Mutter hat die Brot von mir bekommen und sie hat ordentlich schön geschluckt, weißt du? Und ja. So, das wird jetzt mal beendet, das denke ich reicht für einen Bann. So, der TGM kommt gleich runter, das werde ich mir geschickt. Ich hätte geblieben gerne einen Bann, weil ich geh jetzt eh wieder raus und bis dahin ist der Bann eh zu Ende, weil ein TGM kann ja zwei Stunden bannen. Ist mir ja scheißegal, aber man kann deine Identität trotzdem noch bannen, du Schlau-Kopf. Okay, okay, also jetzt würde ich jetzt einen Thermobank kriegen. Ich wollte jetzt zu Micha, kann sie wieder kurz rein rufen? Bitte? Ich wollte zu dem Dev, äh, Micha. Was ist los? Micha, warum hast du ihn rausgekickt aus dem Channel? Weil, Skyline hat meinen Kopf, der macht die ganze Zeit Aufnahmen, ich soll ihn mal komplett kicken. Dann hab ich gesagt, okay, ich schmeiß ihn jetzt auch kurz aus der Eingangshalle raus, äh, also halt aus dem Channel raus. Also, das ist jetzt bei irgendeinem Mann schon wieder los. Hä? Weißt du nicht, was die da jetzt machen? Die beleidigen die Negativaturen, so und so weiter. ... ... ... ... ... Wir sehen uns beim nächsten Mal.